Wiedersehensfreude am Flughafen im australischen Sydney. Nachdem die Grenzen für geimpfte Reisende wieder geöffnet wurden, fallen sich Freunde und Familienmitglieder nach langer Zeit der Trennung wieder in die Arme. Fast zwei Jahre hatte Australien wegen der Corona-Pandemie seine Grenzen weitestgehend geschlossen gehalten. Zwar durften australische Staatsbürger in das Land zurückkehren, Touristen aber war die Einreise untersagt. Das hat sich nun geändert. Ich hole meinen besten Freund ab, ich habe ihn seit 2018 nicht mehr gesehen. Er hat es rechtzeitig zu meiner Hochzeit in vier Tagen hierher geschafft. Auch Großeltern und Enkel sind wieder vereint. Es ist großartig, dass sie wieder da ist. Sie wird zwar auch wieder abreisen müssen, aber sie kommt dann auch wieder. Auch das Bordpersonal freut sich über die Grenzöffnungen. Es ist brillant, großartig, reibungslos. Ja, schön wieder Passagiere an Bord zu haben. Touristen füllen die Sitze, es ist fantastisch. In den ersten 24 Stunden nach dem Ende der Reisebeschränkungen landen 56 Flugzeuge aus dem Ausland in Australien. Der Tourismus kommt langsam wieder ins Rollen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.